Musik Ja, ein herzliches Dankeschön an die Firmen Sturm und Krone für die Nominierung für die Coldwater Challenge dieses Jahr. Wir sind betonhart, wir werden euch zeigen, dass wir genauso hart sind wie ihr, dass wir die Herausforderungen des kalten Wassers annehmen. Wir werden also dann nachher unter uns hier weiter grillen. Nominieren werden wir die Firmen Kurze Zersparnungstechnik und Autohaus Luttermann für Coldwater Challenges. Ich freue mich darauf, mit euch zu grillen oder euer Video zu sehen. Besten Dank! Ach übrigens, wir sind ledig, wir haben 72 Stunden Zeit für eure Ausgabe. Bis dann! Ich freue mich darauf, mit euch zu sehen! Ich freue mich darauf, mit euch zu sehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.